So, wir sind's wieder, eure Sabrina mit dem Ghostie und wir sind hier heute in Silverglade beim Ratsmann und machen bei der Weihnachtsquest weiter. Frau Holzfoss aus Moorland macht den absolut besten Stockfisch. Kannst du zu ihr reiten und sie fragen, wie es mit dem Stockfisch dieses Jahr aussieht? Okay, wir reiten da nicht runter. Wir lassen uns einmal abholen, weil wir haben ja unseren Heimannstall im Moorland und können somit halt ein bisschen abkürzen. Habt ihr auch schon gesehen, heute war ja das Update und es ist einmal alles mit Schnee überzogen. Und das finde ich natürlich jetzt wieder richtig klasse, dass wir schon mal wieder Schnee im Spiel haben, auch wenn es jetzt so bei uns noch nicht schneit. Und der Adventskalender ist auch heute reingepatcht worden. Also sprich, ihr könnt auf der Star Stable Seite unter den News, da ist dann der Kalender mit bei, da könnt ihr reingehen, da ist ein Link zu. Und da könnt ihr jeden Tag jetzt ein Türchen aufmachen, da ist dann ein Code drin, den ihr auf eurem Profil einlösen könnt. Ich habe heute einen schicken Pulli bekommen und jetzt reden wir erstmal mit Frau Holzfoss wegen dem Stockfisch. Gut, dass du hier bist. Meine kleine Katze hat alle Fische aufgegessen und jetzt habe ich keine Fische mehr, um Stockfische zu machen. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Mei, das Stallmädchen vom Mollernstall fängt normalerweise immer die Fische für mich. Du kannst sie fragen, wie genau sie es macht und ob sie noch mehr Fische fangen kann. Gut, dann reiten wir jetzt zu Mei und fragen sie, wie das mit den Fischen aussieht. Da oben steht sie ja wie immer. So, ach Gott, hat ihre kleine Katze den ganzen Fisch aufgegessen? Die arme Katze bekommt jetzt bestimmt auch Bauchschmerzen. Du kannst mir vielleicht helfen, ich habe nämlich so viel im Stall zu tun. Kannst du fischen? Ja, wir haben eine Angel. Das geht ganz leicht. Der Fisch ist näher bei Frau Holzfoss als sie weiß. Beim Steg unterhalb ihres Hauses am südlichen Moorlandstrand fängt man die besten Fische. Du brauchst nicht mal eine Angelrute. Nimm diesen Kescher und fang sie. Wenn du sechs Fische gefangen hast, kannst du sie zu Frau Holzfoss bringen. Ja gut, dann haben wir jetzt einen schicken Kescher. Und ab zum Strand. Und dann fischen wir diesmal ein bisschen anders. Also nicht mit der Angel. So, hier hören wir es schon bedeutlich platschen. Seht ihr das? Da ist der Fisch hier am Jumpen. So. Wir haben hier so einen schicken Kescher. Und damit fangen wir jetzt hier diesen tollen Fisch. Na so macht das Angeln ja Spaß. So. Haben wir alle Fische? So, hier ist das Stockfisch. Tolle Fische. Hast du die etwa selber gefangen? Ja, die haben wir selber gefangen. Extra dafür. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ich alles da habe, was man für Stockfische braucht. Ich habe alles, was ich brauche. Du musst mir also nicht weiterhelfen. Ich werde mich jetzt ans Werk machen, sodass bis Weihnachten die Fische fertig sind. Der Ratzmann hat morgen bestimmt einen neuen Auftrag für dich. Bis bald und danke für den Fisch. So, wir haben hier einen Weihnachtswunsch bekommen. Und in Silvergate haben wir jetzt wie immer die Uhr, dass es morgen erst weiter geht. Und das war heute somit eine kurze Quest. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Weihnachtsquest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.